Im TV, Viktoria vertauscht Frauke Ludowig mit Katja Burkhardt. Viktoria Swarovski, 24, ist seit diesem Jahr die neue Moderatorin an der Seite von Daniel Hartwig, 39, bei Leds Tanze. Schon von Beginn an hatte die Christabin einen schwierigen Stand in der Sendung von diversen Versprechern bis hin zu Textaussetzern wie sie hatte ganz schön zu kämpfen. Vergangenen Freitag passierte ihr der nächste Vox-Spaß, verwechselte die beiden Moderatorinnen Frauke Ludowig, 54, und Katja Burkhardt, 53. Was für ein Fehler, als die gebürtige Innsbruckerin einfach nur die anschließende Exklusiv-Sendung mit Frauke anmoderieren sollte, vertauschte sie die 54-Jährige mit einer anderen RTL-Kollegin, jetzt freuen wir uns auf Katja Burkhardt. Das Netz machte sich nach diesem Fettnäpfchen ordentlich über die Österreicherin lustig. Sie hat Katja Burkhardt, die Frau vom RTL-Chef, mit Frauke Ludowig verwechselt oder da schreibt der Daniel ihr einfach Katja Burkhardt auf die Moderationskarte, der Scherzkecks, lauteten nur zwei belustigte Kommentare auf Twitter. Bereits bei ihrer allerersten Sendung kam die 24-Jährige bei den Zuschauern nicht sonderlich gut an. Neben ihrer deutlich spürbaren Nervosität vergaß die sonst so lockere und aufgeschlossene Vizie des Öfteren die Telefonnummern der Tanzpaare und sorgte damit für einen regelrechten Shitstorm. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.